Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem nächsten Screencast. Kommen wir in diesem Screencast zur Breakeven Analyse. Sie dient der Beantwortung beispielhafter Fragestellungen aus der Praxis, wie der häufig gestellten Frage, welche Wirkung hat eine Senkung des Verkaufspreises zur Steigerung des Absatzes auf den Unternehmensgewinn? Gerade wenn nicht genügend verkauft wird oder wenn man seinen Absatz weiter steigern möchte, kommt häufig die Frage, warum senken wir nicht einfach den Preis, um mehr zu verkaufen? Da für Unternehmen aber nicht der Umsatz, sondern der Gewinn eine entscheidende Erfolgsgröße darstellt, muss man diese Frage im Zusammenhang mit der Frage, wie wirkt sich eine Preissenkung verbunden mit einer Mengensteigerung auf den Gewinn überhaupt aus, analysieren. Was dies mit der Breakeven Analyse zu tun hat, werden Sie im weiteren Verlauf sehen. Weitere Fragestellungen wären beispielsweise, wie lange dauert es, bis wir das in einer Gründungsphase befindliche Unternehmen und das Geld, das wir dort reingesteckt haben in diese Tochtergesellschaft, das Kapital, bis wir das zurückgehalten haben? Oder welchen Einfluss auf den Unternehmensgewinn hat die Investition in eine neue Fertigungstechnik? Oder die ganz grundsätzliche Frage, ab welcher Absatzmenge erwirtschaftet unser Unternehmen überhaupt einen Gewinn? Auf die genannten und noch viel mehr Fragen bietet uns die Breakeven Analyse Antworten, wie Sie im Verlauf dieses Screencasts noch weiter sehen werden. Bevor wir uns näher mit der Breakeven Analyse befassen, sind einige Begriffsdefinitionen notwendig. Als Totapunkt, Deckungspunkt, Gewinnschwelle, Nutzschwelle oder eben Breakeven Punkt wird diejenige Leistung samt der zugehörigen Mengenbasis bezeichnet, bei der weder ein Gewinn noch ein Verlust entsteht. Grafisch dargestellt werden die Zusammenhänge um die Breakeven Analyse dadurch, dass Umsätze bzw. Kosten über die Menge aufgetragen werden, wie Sie später noch sehen werden. Die Situation, dass weder ein Gewinn noch ein Verlust entsteht, bedeutet kostenrechnerisch, dass die Summe der Erlöse gerade der Summe der Kosten entspricht oder dass die Summe der Einzeldeckungsbeiträge gerade genauso groß ist wie die Summe der Fixkosten. In beiden Fällen ist der Breakeven Punkt erreicht. Als Sicherheitszone, Sicherheitsmenge oder Sicherheitsspanne wird im Rahmen der Breakeven Analyse diejenige Absatzmenge bezeichnet, die über dem Breakeven Absatz hinaus auf Basis der gegenwärtigen Situation abgesetzt wird oder geplant bzw. budgetiert ist. Die Fragestellung, die hinter diesen Begriffen steht, ist die, dass das Unternehmen sich fragt, um wie viel darf die Absatzmenge zurückgehen, bis ich gerade keinen Gewinn mehr erziele. Was sind nun die Aufgaben der Breakeven Analyse? Mit der Breakeven Analyse, die mitunter auch Cost, Volume, Profit Analyse genannt wird, versucht die Kostenrechnung den Zusammenhang zwischen der Leistung oder dem Umsatz auf der einen Seite und den Kosten, die sauber nach fixen und variablen Kosten differenziert werden, sowie den Produktionsmengen bzw. Absatzvolumina auf der anderen Seite, auf den Erfolg bzw. Gewinn zu betrachten. In der Praxis wird die Breakeven Analyse als Controlling Instrument häufig eingesetzt. Sie dient zur Gewinnplanung einzelner Produkte, mehrerer Produktgruppen, Sparten bzw. Unternehmensbereichen, aber natürlich auch zur Gewinnplanung des Gesamtunternehmens. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass die Breakeven Analyse ein wesentliches Controlling Instrument darstellt, das für die kurz- und mittelfristige Planerfolgsrechnung eingesetzt wird. Daneben dient sie im Controlling auch als Bewertungsinstrument, Simulationsinstrument und, auch ganz wichtig, als Entscheidungsinstrument, dass eben genau die Auswirkungen von verschiedenen Variationen der Einflussgrößen, die wir eben schon gehört hatten, Absatzmengen, Absatzpreise, Fixkosten, Variablekosten, Zusammensetzung des Produktionsprogramms auf den Gewinn sehr deutlich aufzeigt. Die Anwendung der Breakeven Analyse zu Kontrolle und Steuerungsschwecken ergibt sie aus dem bisher Gesagten fast zwangsläufig. Bauen wir uns nun das Grundmodell der Breakeven Analyse auf. Dazu ist zunächst die Klärung einiger Prämissen notwendig. Im Grundmodell der Breakeven Analyse gehen wir von einem Produkt aus. Zwingend notwendig ist natürlich auch, dass sich die Kosten in fixe Kosten und variable Kosten aufteilen lassen. Die variablen Kosten und die Verkaufspreise pro Einheit müssen natürlich bekannt sein und werden im Grundmodell der Breakeven Analyse als über die Menge konstant vorausgesetzt. Ebenso werden die Fixkosten als konstant angenommen. Im Grundmodell gehen wir ebenfalls davon aus, dass die Produktionsmenge der Absatzmenge entspricht. Es gibt also keine Bestandsveränderung. Auch wird im Grundmodell von keinerlei Unsicherheiten bezüglich der genannten Parameter ausgegangen. Schauen wir uns nun also an, wie die Gewinnschwellenanalyse mit dem Breakeven Modell durchgeführt wird. In der Horizontalen wird die Menge abgetragen, in der Vertikalen die Geldwerte, also Erlöse oder Kosten. Zunächst werden die Fixkosten eingetragen, die bekanntlich unabhängig von der Ausbringungsmenge sind und im Grundmodell als konstant über die gesamte Ausbringungsmenge angesehen werden. Daraus ergibt sich die hier dargestellte orange waagerecht verlaufende Linie. Die variablen Kosten, hier hellblau dargestellt, beginnen natürlich im Ursprung des Koordinatenkreuzes. Denn wenn ich nichts produziere, fallen auch keine variablen Kosten an. Anschließend steigen die variablen Kosten linear mit der Menge an. Addiert man nun die fixen und die variablen Kosten, so ergibt sich die Gesamtkostenfunktion unseres Beispiels. Als weitere wichtige Funktion ist die Erlösfunktion einzutragen. Auch diese startet selbstverständlich wieder im Ursprung des Koordinatensystems. Denn wenn mengenmäßig nichts verkauft wird, wird wertmäßig auch nichts erlöst. Nun sehen Sie, dass die Erlösfunktion die Gesamtkostenfunktion in einem bestimmten Punkt schneidet. Dies ist der Break-Even-Punkt. Und wenn man von diesem ein Lot auf die horizontale fällt, so zeigt er an, bei welcher Menge weder ein Gewinn noch ein Verlust erzielt wird. Links von dieser Break-Even-Menge ergibt sich die Verlustzone, rechts die Gewinnzone. Gehen wir nun davon aus, das Unternehmen setzt die mit dieser zweiten senkrechten Linie dargestellte Menge derzeit ab, so stellt der Bereich zwischen der Break-Even-Menge und der abgesetzten Menge die erwähnte Sicherheitszone dar. Die jeweilige Differenz zwischen der Erlösfunktion und der Funktion der variablen Kosten stellt die Summe der Deckungsbeiträge dar. Und im Break-Even-Punkt ist diese Summe der Deckungsbeiträge identisch mit der Summe der fixen Kosten. In dem Break-Even-Modell können wir bei jeder beliebigen Menge eine Senkrechte nach oben ziehen und erkennen dann aus der Differenz der Erlösfunktion und der Gesamtkostenfunktion den jeweiligen mengenbezogenen Verlust oder Gewinn. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren. Einen schönen Tag noch. Bis zum nächsten Screencast. Tschüss.